Ja, nee, danke, Alter. Ja, auf jeden Fall. Top. Alles im Arsch. Alles im Arsch. Es ist alles im Arsch. Warum nicht? Ernsthaft, ist ja gut. Ja, aber es sind nur die Zwei. So, was habe ich jetzt gerade gesagt? Das ist ein Motor aus dem S2000. EM4. Neuer Zylinder, neue Kolben. Top.